Wenn du jetzt die letzte Beyoncé-Tour nimmst, da hast du halt mal 40, 40 Tonne an reinem Material dabei. Gut, einer ist nur Garderobe. Du hast um die 20 Nightliner. Also du bist natürlich nicht mit irgendeinem Künstler im Bus, sondern das ist schon ein reines Arbeiterregal, das da durch die Gegend fährt. Es wird immer romantisiert, unser Job. Ist es aber eigentlich gar nicht. Geht es mit der Zeit dann irgendwann schon ganz schön auf die Knochen? Weil das klingt immer so dahergesagt, aber ich wusste teilweise nicht mehr, in welcher Stadt ich aufwache. Mir war es eigentlich wurscht. Weißt du, du wachst auf, läufst in eine Halle rein. Die meisten sind irgendwie silber- und viereckig oder rund. Herzlich willkommen zu Podcast Brody Nummer 59. Ich freue mich, meinen nächsten Gast begrüßen zu dürfen. Flo Fischer von 8 Days a Week. Genau, richtig. Schön, dass ich da sein kann. Hallo, Irscha. Ich grüße dich. Wie geht es dir? Gut, danke. Sehr schön. Schön, dass du es geschafft hast. Wir werden heute ein bisschen über 8 Days a Week sprechen, über Studio 8 Streaming, über den Club 8. Man sieht das Logo schon auf deiner Mütze. Du bist Geschäftsführer. Bevor wir das machen, gibt es zwei Fragen, die ich allen meinen Gästen stelle. Und eine davon wäre, was dein Bezug zu Frankfurt ist. Ich habe, glaube, mehrere Bezüge zu Frankfurt. Zum einen ist es natürlich jetzt über die letzten Jahre einfach klar zur Heimat geworden. Also ich lebe jetzt hier auch schon seit, glaube ich, sechs oder sieben Jahren. Also es ist noch nicht so lang wie die meisten, aber es ist doch über die Zeit sehr, sehr zur Heimat geworden, weil es war für mich immer der Reisepunkt. Ich war früher sehr, sehr viel international unterwegs. Es ist jetzt weniger geworden, aber es war immer, es ging immer über Frankfurt. Also du musstest immer nach Frankfurt und dann internationale Flüge und weg. Und der dritte Punkt für Frankfurt für mich sind natürlich einfach die Venues. Also sprich, Frankfurt ist für mich ganz klar Festhalle, Jahrhunderthalle, Eissporthalle. Da, wo ich einfach sehr, sehr viel Zeit in meinem Leben schon verbracht habe. Und das ist so ein Dreigespann der ganzen Geschichte, was für mich Frankfurt bedeutet. Du bist nicht in Frankfurt groß geworden, ne? Nein, ich bin in Fürth geboren, also in Bayern. Da wohnen jetzt meine Eltern auch noch. Dann habe ich viele Zwischenstationen auf dieser Erde irgendwie mitgenommen und bin dann eben vor ein paar Jahren in Frankfurt gelandet. Also Köln war dabei, Vegas war dabei, London war dabei, wo ich mich so durchgearbeitet habe. Da hast du auch gewohnt? Nicht wirklich gewohnt, aber ich habe meistens sehr, sehr lange da, über mehrere Monate verbracht, um Shows einzurichten. Also sei es Vegas-Shows, sei es irgendwie in Cirque du Soleil-Shows in London. Aber das waren immer so sehr, sehr lange Zeiten. Man kann es nicht als Wohnen im Sinne von Gemälde da bezeichnen, aber es waren immer Zeiten von mehreren Monaten, wo ich da war. Da bin ich sehr gespannt, was du dann dazu zu erzählen hast. Wie würdest du quasi dein Aufwachsen in Bayern vergleichen mit jetzt dem Wohnen in Frankfurt oder sich aufhalten in Frankfurt? Weil die Firma, die sitzt ja in Neu-Isenburg. Korrekt, genau. Ist Neu-Isenburg Frankfurt für dich? Ich weiß nicht, ob ich das jetzt offiziell sagen darf. Für mich schon, weil es für mich einfach, nachdem ich in Niederrath wohne, irgendwie fünf Minuten mit dem Auto sind. Also für mich gehört es dazu. Und wir sagen auch selber von uns, dass wir eine Frankfurter Firma sind. Also wir waren lang in der Region von Bad Vilbel gesessen, sind dann irgendwie nach Neu-Isenburg gezogen. Aber wir waren immer eine Frankfurter Firma. Also wir haben uns immer als Frankfurter Firma gesehen. Und früher das Aufwachsen in Bayern. Also ich meine, Fürth, in der Stadt, in der ich aufgewachsen bin, das ist eine Stadt mit, glaube ich, mittlerweile so um die 130.000 Einwohner. Roundabout irgendwie. Da ist alles ein bisschen kleiner, ein bisschen langsamer. Aber, und es fehlt halt dieser internationale Flair einfach. Das waren so die größten Unterschiede, wo ich sage, das ist es. Ist es auch eine Medienstadt, kann man das sagen? Nee, eigentlich gar nicht. Also ich weiß nicht, zu was man Fürth am besten sagt. Also du hast, es ist wie hier, du hast praktisch Fürth und Nürnberg direkt nebeneinander. Die Stadtgrenzen sind direkt aneinander. So wie Frankfurt-Offenbach-mäßig. Genau, und so ist auch da die große Rivalität. Natürlich auch beim Fußball. Da gibt es den Klub aus Nürnberg und die Spielvereinigung Gräuter Fürth aus Fürth. Das ist alles sehr, sehr ähnlich, wenn man es in den Sport bezieht. Aber ansonsten ist Nürnberg eine relativ große Messestadt. Aber mit Medien eher weniger. Okay, cool. Dann haben wir das Frankfurt-Thema einmal abgehakt. Was kommen bei dir für Assoziationen in den Kopf? Was verstehst du unter Hip-Hop-Kultur? Hip-Hop-Kultur ist für mich das eine. Die Töne ist sehr, sehr viel, was man so als Jugendlicher gehört hat. Also sei es semi-deluxe, afrop, massive Töne. Das hast du ja immer irgendwann mitgenommen. Und für mich ist es dann irgendwann in der Arbeit halt wieder aufgetaucht. Sei es dann mit Fanta 4, sei es mit anderen Künstlern. Oder dann wurde es halt sehr viel international mit Kanye West, mit Wu-Tang Clan, wo wir dann unterwegs waren. Also das ist halt, es ist aus einem deutschen Hip-Hop für mich ganz schnell international geworden und wieder zurück. Also weißt du, wir waren mit deutschen Künstlern unterwegs. Und ich war dann auch eine Zeit mit Künstlern unterwegs, wo ich gesagt habe, irgendwie die habe ich früher gehört. Und dann kam halt so eine internationale Sache noch mit rein. Also es war, ja, das ist für mich so Hip-Hop-Kultur. Ja cool, also das sind ja ziemlich viele Berührungspunkte. Und da muss ich sagen, hast du mir auch eine Schippe geschlagen, weil in meiner Recherche konnte ich darüber jetzt nichts direkt finden. Und tatsächlich, wenn ich mir die Club 8 Show anschaue, werden wir auch gleich noch ein bisschen näher drauf eingehen, dann habe ich die eher rockig im Kopf. Deswegen finde ich das sehr, sehr interessant, dass du halt da doch einen stärkeren Hip-Hop-Bezug auch noch hast. Was hast du jetzt zum Beispiel im Rahmen von Kanye West gemacht? Also wir haben halt immer, wenn es, es gab früher noch die Zeit, da wurde nicht alles durch die Gegend geflogen oder mit dem Schiff durch die Gegend geschickt, sondern du hast immer noch in Europa lokale Dienstleister gehabt. Also da kam die komplette Crew mit rüber und die haben gesagt, wir spielen die und die Venues zu der und der Tour. Wir brauchen PA von euch, wir brauchen noch das und das, wir brauchen Licht-Setup. Und da bist du dann als lokale Firma mit eingestiegen und hast gesagt, wir stellen euch die Lautsprecher, wir hängen euch das Licht-Setup, so wie ihr es braucht. Und da gab es halt immer zentrale Dienstleister für Asien, Europa, USA und so weiter. Also in den USA waren es natürlich immer die eigentlichen Firmen dahinter, aber wenn du jetzt nach Europa oder Asien gegangen bist, hast du immer einen lokalen Dienstleister gebracht. Und da sind wir dann ins Spiel gekommen. Das heißt, du warst Teil dieses lokalen Dienstleisters, die sind dann auf euch zugekommen und haben gesagt, wir brauchen fette Boxen. Also zu der Zeit war ich halt auch noch als freier Techniker unterwegs. Das war ja auch, also die ganzen Geschichten habe ich alle als Freelancer gemacht. Da haben dich dann halt die Firmen dazugeholt und gesagt, du kannst dich gut mit dem und dem System aus, fahr bitte mit auf die Tour, häng da die Lautsprecher auf und mess die ein und übergib die der Crew. Also du bist mit denen unterwegs, bist immer noch von einer anderen Firma, bist aber trotzdem in der Tour einfach dabei. Das heißt, du bist dann wirklich auch mit auf Tour? Genau, halt in Europa. Ja, dann von Stadt zu Stadt und kümmerst dich jedes Mal aufs Neue darum, dass der Sound halt einfach funktioniert. Richtig. Okay, wie sieht so der Prozess von so einem Aufbau aus? Also ich stelle mir das so vor, dass du dann halt, sitzt du mit denen im Bus oder bist du in einem anderen Bus? Naja, sagen wir es mal so, also wenn du jetzt, also wenn man jetzt mal die Superlative sieht, irgendwie wenn du jetzt die letzte Beyoncé-Tour nimmst, ist es halt so. Bei der du auch dabei bist? Nein, bei der war ich nicht dabei, aber da waren gute Freunde dabei, deswegen kann ich dir die Zahlen gerade so genau sagen. Also da hast du halt mal 40, 40 Tonne an reinem Material dabei. Gut, einer ist nur Garderobe. Du hast um die 20 Nightliner. Also du bist natürlich nicht mit irgendeinem Künstler im Bus, sondern das ist schon ein reines Arbeiterregal, das da durch die Gegend fährt. Und wie schaut es aus? Naja, also im Endeffekt kommt es immer ein bisschen drauf an, spielst du eine Hallentour, spielst du eine Stadion-Tour, aber im Endeffekt bei einer Stadion-Tour ist es so, dass du je nach Setup-Aufwand ein paar Tage vorher reingehst, also ein, zwei Tage. Da gibt es dann die Bühne auch öfters. Also wenn man jetzt in eine relativ große Stadion-Tour sieht, hast du halt eine Bühne dann, die gerade in Frankfurt gebaut wird und die am, beispielsweise Samstag in Frankfurt gespielt wird, aber die nächste für Berlin steht schon in Berlin oder wird in Berlin schon aufbereitet, halt vielleicht ohne Lautsprecher, vielleicht ohne LED-Wände, weil die hast du dabei, weil sonst schaffst du es zeitlich gar nicht. Das heißt, du hast dann zwei Bühnen mehr oder weniger? Zwei oder drei Bühnen, die unterwegs sind und es kann dann auch schon sein, dass nur noch zwei in Europa sind und die eine schon irgendwie nach, was weiß denn ich, wohin fährt. Krass. Und bei einer Hallentour ist es halt so, da hast du dann mehr von diesen berühmten Back-to-Back-Shows, also das heißt halt abends aus der Halle raus, morgens in die nächste Halle rein. Das ist halt, also es ist abhängig von der Tour, wie viele Back-to-Back-Shows du hast. Das wird mittlerweile auch reduziert, weil es einfach ziemlich auf die Knochen geht, aber so drei Stück, drei, vier Stück hast du schon manchmal am Stück. Und das heißt, du gehst halt morgens um acht, neun in die Halle rein, dusch dich vielleicht noch und nimmst dir noch was zum Frühstücken und dann fängst du halt mit deinem Bereich an. Dann ist irgendwann um 14, 16 Uhr Soundcheck, wenn die Band noch einen macht, dann hast du irgendwie nochmal kurz Pause und dann beginnt um 20 Uhr vielleicht die Show. Vielleicht beginnt es auch erst um 21 Uhr, ob du Vorband dabei hast oder nicht, das nimmt auch nochmal Zeit weg, dann geht die Show bis 22, 23 Uhr. Und dann ist Abriss, das heißt, bis die Traktüren zu sind, ist es zwei, halb drei. Da wird natürlich dann auch immer ein persönliches Rennen draus gemacht, dass du jedes Mal früher fertig wirst, weil du willst ja auch noch schlafen. Ja voll, wenn du morgen wieder um acht Uhr ausstellst. Dann geht es halt wieder in den Bus, dann legst du dich in den Bus, dann fährt der halt irgendwann los und dann wachst du halt am nächsten Tag in der nächsten Stadt auf und machst halt das gleiche Spiel von vorne. Also es wird immer so, als der, es wird immer romantisiert, unser Job, ist es aber eigentlich gar nicht. Wenn man es ehrlich genau nimmt, so back to the basics, ist es eigentlich, geht es mit der Zeit dann irgendwann schon ganz schön auf die Knochen, weil, ich bin ehrlich, also, das klingt immer so dahergesagt, aber ich wusste teilweise nicht mehr, in welcher Stadt ich aufwache, weil es nicht mehr, mir war es eigentlich wurscht, weißt du, du wachst auf, läufst in eine Halle rein, die meistens sind irgendwie silber und viereckig oder rund. Wenn du die Hallen kennst, wusstest du natürlich irgendwie, wo du bist, aber es war jetzt nicht so irgendwie, du bist morgens im Bus aufgewacht und dann sind wir heute in Hamburg, haben wir München heute? Keine Ahnung, egal. Keine Ahnung, weißt du, ich habe Hunger oder ich will mich duschen, keine Ahnung, also irgendwie sowas. Krass, ja, weil du bist dann ja eigentlich rund um die Uhr am Machen. Sogar die Zeit, die du schläfst, nutzt du quasi, um von A nach B zu kommen und bist halt dann die ganze Zeit beschäftigt. Wie sieht es dann aus während dem Konzert? Gibt es dann auch Sachen zu machen? Also es kommt auf deine Position drauf an, was du hast. Also es gibt natürlich, wenn du jetzt stumpfer PA Tech bist oder Light Tech, ist es halt deine Arbeit erstmal damit beendet, wenn der jeweilig zuständige Systemtechniker jetzt sagt, okay, passt so, dann kannst du dich irgendwie ablegen. Wenn du jetzt Systemtechniker bist, ist es halt für dich ein bisschen aufständiger, weil du bist dann meistens eine halbe Stunde vorher in der Arena. Meistens kennst du die Arena schon, misst sie nochmal aus, packst alles in dein Kalkulationsprogramm im Laptop rein, welche Winkel brauche ich im Lautsprecher, dass wir halt wirklich die komplette Halle treffen und das alles gleichmäßig beschallt ist. Und dann, wenn dann die PA Techs reinkommen, gibst du denen ihre Zettel in die Hand, die fangen an, die Lautsprecher in die Luft zu bringen. Und da hast du dann während der Show auch was zu tun, weil du halt der Ansprechpartner von dem FOH-Mann, also von dem Mischer der Show bist, der halt auch, also du misst die ganze Anlage ein und irgendwann kennst du deine Freunde, wie sie es haben wollen. Und du bist halt einfach dabei, eben wenn er sagt, Alter, die Bässe sind heute scheiße, mach das anders, dass du es halt irgendwie dann noch während der Show einfach korrigieren kannst in seinem Wunsch sozusagen. Dass er halt sein bestes Ergebnis liefern kann, ist das, wenn halt der Systemtechniker sein bestes Ergebnis geliefert hat. Und dann hast du jetzt irgendwie allein schon vier Rollen aufgezählt, den Lichtmensch, den Tonmensch, den Systemtechniker. Genau. Es gibt sehr, sehr viele Rollen, also ich meine, wenn du jetzt rein auf der Audio-Seite bleibst, hast du natürlich erstmal zwei Leute, die die Pulte betreuen. Das ist einmal der FOH-Mann, das ist der Mann, der halt irgendwie für den Saal den Sound macht. Dann hast du den Monitor-Mann, der halt sich um den In-Ear-Sound oder Monitor-Sound von der Band kümmert. Manchmal hast du auch zwei Monitor-Leute dabei, wenn es große Bands sind, dann teilen die sich das. Das ist absolute Geschmackssache. Dann hast du eben, je nach Größe der Produktion, vier bis sechs Leute dabei, die einfach nur Lautsprecher hängen. Du hast einen Systemtechniker dabei, der eben die ganzen Lautsprecher plant sozusagen, wie sie reingehangen werden sollen. Dann hast du noch, je nach Bandgröße, Backliner dabei, bedeutet eben die Leute, die den Künstler jeden Tag sein Schlagzeug aufbaut und stimmt, seine Gitarren aufbauen, was auch immer. Das haben wir auch, das sind meistens auch so vier, fünf Leute. Wie gesagt, das ist immer abhängig von der Bühnengröße und natürlich von der Bandgröße des Ganzen. Ja, und dann hast du halt noch ein bisschen so ein, zwei Leute dabei, die sich halt um die Bühnenverkabelung beim Ton kümmern. Also, aber das ist jetzt halt großes Touring. Das reduziert sich natürlich ein bisschen, wenn du jetzt irgendwie mit kleinen Künstlern oder halt wirklich Clubs spielst. Aber grundsätzlich ist das so die Mannstärke, mit der du da unterwegs bist und das halt dann auch im Lichtsektor, im Videosektor und so weiter. Krass. Also, ich denke mal, dass die Aufgaben auch bei kleineren Shows erfüllt werden müssen, nur dann ist das halt nicht so ein Umfang und dann hat man vielleicht nicht zehn Leute dafür, sondern eine Person oder zwei und die machen dann mehrere Sachen. Genau, du hast halt viel auf die Sache, umso kleiner die Touren werden, umso eher nimmst du PA-Systeme oder Lautsprechersysteme, die halt in dem Club vorhanden sind. Also, wenn du jetzt hier in Zoom gehst, brauchst du keinen eigenen Lautsprecher mitnehmen, weil da hängt ein Top-System. Okay. Weißt du, wenn du die Größe hast, da fallen natürlich ein paar Punkte einfach weg, weil du den Arbeitsaufwand nicht hast. Ja, macht Sinn, weil du nicht aufbauen musst und so eine Sachen. Aber wenn du jetzt von so einer Arena-Tour ausgehst, wie jetzt Festhalle oder im Stadion oder so, dann brauchst du halt so eine Mannstärke. Und wenn du dann halt von richtig verrückten Shows sprichst, wie jetzt irgendwie Rammstein, Taylor Swift oder was weiß ich, dann sind dann natürlich nochmal deutlich mehr Leute noch beteiligt. Krass. Jetzt haben wir quasi einmal so das Big Picture aufgemacht, wie es so in der Superlative aussehen kann. Was mich interessieren würde, wie du in das ganze Thema reingekommen bist. Was war zum Beispiel dein erster Job oder deine erste Band oder dein erstes Event, was du betreut hast? Das erste Event kann ich dir nicht sagen. Ich kann dir sagen, wie ich in die Branche gekommen bin und das ist eigentlich immer eine recht lustige Geschichte, weil da ziemlich viel Zeit dazwischen lag. Ich weiß, keine Ahnung, ich sage jetzt mal, ich war vielleicht 13, 14, vielleicht auch noch jünger. Da war ich damals mit meiner Oma und meiner Mutter in Bochum bei Starlight Express. Und ich kann dir nicht sagen, ich kann dir nicht sagen. So ein Musical, ne? Genau, richtig. Ich kann dir nicht sagen, warum, aber da stand noch so ein altes, analoges, riesen Mischpult. Wusste ich zu der Zeit natürlich auch nicht, was es ist. Aber ich habe damals mit meiner Mutter gesagt, schau da, da sitze ich irgendwann. Und keine Ahnung, wie sich das dann weitergefügt hat. Auf jeden Fall bin ich dann auch durch meine Mutter damals irgendwie auf eine Firma in Nürnberg bzw. auf Fürth gestoßen, bei der ich dann damals auch angefangen habe, meine Ausbildung zu machen zur Fachkraft für Veranstaltungstechnik. Die gab es da, wie ich angefangen habe, auch erst, glaube ich, ein Jahr. Also wir waren so die erste oder zweite Azubi-Generation. Vorher war das noch ein bisschen mehr Wilderwesten, als es jetzt ist. Also jetzt ist es schon ein sehr, sehr geregeltes Business. Früher sagt man immer ein bisschen, dass es Wilderwesten war. Es war aber nicht ganz so schlimm. Und ich habe dann bei meiner Ausbildungsfirma sehr, sehr, sehr viel Industrieveranstaltungen gemacht. Also ich habe sehr viel Industrieveranstaltungen, bedeutet Tagungen, Ärzte-Kongresse, was ja auch ein immenser, eigentlich der große Teil in unserer Branche ist, halt Firmenveranstaltungen, wie auch immer. Und es war eine reine Videofirma. Also wir haben auch Ton und so gehabt, aber der erste Punkt war immer Video. Und das war auch das, warum ich jetzt wieder ins Video zurückgegangen bin, weil ich praktisch das Know-how von früher noch für Bayerische Rundfunk und was weiß ich, hatte ich damals schon irgendwie das Ganze. Wir haben sehr, sehr viel für den Bayerischen Rundfunk damals gemacht an Live-Produktionen. Und das habe ich jetzt erst halt dann wieder praktisch wieder aufgenommen und habe gesagt, ich gebe den Tonpart ab, beziehungsweise ich ziehe mich aus dem Tonpart wieder komplett zurück und lasse es jemand anders machen und ich kümmere mich wieder allein um Video, weil das ist das, wo ich angefangen habe. Dann habe ich irgendwann mal gemeint, wie ich angefangen hatte, naja, eigentlich finde ich Ton viel geiler. Dann habe ich halt ab dem Zeitpunkt sehr, sehr viel Ton gemacht. Und jetzt sage ich mal, seit der Corona-Pandemie bin ich halt wieder mehr oder minder zurückgegangen. Fehlt eigentlich nur noch Licht, oder? Ja, aber das ist tatsächlich nichts für mich. Okay. Also die Versuche waren da. Also natürlich kann ich dir irgendwie grob was ausleuchten, dass es halbwegs noch was ausschaut, aber sobald es irgendwie an Lichtsteuerpulte geht und sowas, bin ich raus. Okay. Da gab es Versuche, aber ich kriege es nicht hin. War das die Petri-Konferenz-Technik, wo du die Ausbildung gemacht hast? Okay, und dann hast du dich danach als Freiberufler in die Welt gestützt? Genau, also ich habe da meine Ausbildung drei Jahre gemacht, war dann, glaube ich, noch drei Jahre auch da und habe ich dann praktisch ab dem Zeitpunkt selbstständig gemacht und war dann unterwegs, ja. Wie kam dann der Switch? Wo war der Punkt, wo quasi das ganze Eight-Days-A-Week-Thema angefangen hat? Vielleicht kannst du ein bisschen was zu der Entstehungs-Gründungsgeschichte von der Firma erzählen. Also die Eight-Days-A-Week ist aus einer anderen Firma heraus entstanden, die in die Insolvenz ging damals. Und für beide Firmen damals, für die alte Firma, beziehungsweise dann für die Anfänge der Eight-Days-A-Week, habe ich auch als Freiberufler gearbeitet. Und war damals aber dann schon in Frankfurt, also habe dann hier auch schon gewohnt und habe halt dann in den Kinderschuhen die Eight-Days-A-Week immer mehr für die Eight-Days gemacht. Und irgendwann kam dann halt, kam damals auch die Gesellschaft da noch auf mich zu und haben gefragt, hast du nicht Bock irgendwie mehr zu machen? Willst du nicht mitmachen? Und dann habe ich halt erstmal da, sage ich mal, einen ganz normalen Job wieder angefangen und habe halt mich da um ganz normale Projektabwicklung und so weiter gekümmert. Und dann kam halt irgendwie, ja, es soll noch einen zweiten Geschäftsführer geben. Das kam dann eigentlich so auch wieder zwei, drei Jahre später. Und da kam es halt auf mich ran und meinten irgendwie, ja, du hast das eigentlich alles ganz gut, bist ja super unter Kontrolle. Hast du nicht Bock irgendwie noch mehr mit einzusteigen? Und hast du Bock, Geschäftsführung zu machen und willst du irgendwie mit als Gesellschaft da reingehen? Vielen Dank an den ersten Sponsor dieser Podcast-Podi-Episode, damals in Frankfurt. Dem Kanal für alle, die sich für Frankfurts Geschichte interessieren. Hier findest du prägnant, faktenbasiert und spannend aufbereitete Infos. Zum Beispiel über das Rödelheim-Hartrein-Projekt, den Bau der Festhalle oder die Club-Szene im Dorian Gray. Außerdem gibt es mittlerweile einen Kalender, eigene Führung und Live-Events. Alle Infos dazu findest du gesammelt auf instagram.com slash damals in Frankfurt. Nochmals vielen Dank und jetzt wieder viel Spaß mit Podcast-Podi. Und die Frage, es war für mich dann keine große Frage. Also ich war da mit dem Laden schon so verbunden, dass ich gesagt habe, klar, habe ich Bock drauf. Seitdem bin ich dann sozusagen da mit in der Geschäftsführung. Einfach so mal locker mal eben, weil also als Geschäftsführer macht man dann ja noch andere Sachen, die über das hinausgehen, was du wahrscheinlich davor gemacht hast. Hat dich das gereizt oder hast du überhaupt eine Vorstellung gemacht, was das heißen soll? Also ich glaube, natürlich hatte ich eine Vorstellung, aber die Vorstellung ist, glaube ich, nie so, wie es dann am Ende wirklich läuft. Aber es hat mich extrem gereizt, eine Firma mitzugestalten. Also zu sagen, weißt du, in welche Richtung gehen wir? Weil wenn du so als Freiberufler unterwegs bist, siehst du halt, siehst du extrem viele Firmen und siehst, wie gehen die was an und wie geht die was an und irgendwie so an jedem Punkt nervt dich irgendwas, weißt du? Und manchmal sagst du, okay, ich mache jetzt irgendwie selber was oder du sagst einfach, es ist eigentlich alles völlig in Ordnung für mich, also ob es jetzt so oder so läuft. Und ich hatte schon, wie die Frage kam, hatte ich schon die Ambition zu sagen, okay, ich will es ein bisschen besser machen. Ob mir das jetzt überall gelungen ist, das dürfen andere beantworten, aber ich hatte schon den Ansporn zu sagen, okay, das, was mich als Freiberufler oder als Techniker bei einer Firma immer genervt hat, möchte ich einfach ein bisschen anders machen. Hast du ein paar Beispiele dafür, was dich besonders genervt hat? Das sind eigentlich hauptsächlich so fachliche Sachen. Und also wenn ich halt an die Ausbildung zurückdenke, wir haben unglaublich viel Zeit geschrubbt. Also wir waren die ganze Zeit unterwegs und da war zum Beispiel einer der Punkte, dass ich sage, ich will das, wenn dann schon in einem zeitlichen, verträglichen Level machen. Es ist bei uns in der Branche schwer, weil es passiert sehr, sehr viel abends, es passiert sehr viel nachts, es passiert sehr viel am Wochenende. Aber ich hatte schon den Eindruck zu sagen, okay, ich will die Arbeitszeiten auf ein verträgliches Maß runterfahren und ich will, sage ich, einen sehr modernen Materialpark haben, einfach aus dem Punkt, um den Leuten einfach, die für uns arbeiten, die Arbeit so gut und einfach zu machen, einfach zu sagen, hey, ihr habt moderne Tools, ihr habt das gerade, was aktuell auf dem Markt der Shit ist, ist jetzt vielleicht übertrieben, aber halt, was wirklich akzeptiert ist. Und ihr könnt damit einfach den Job so einfach und so gut machen, wie ihr wollt und ihr müsst euch jetzt nicht irgendwas zusammenbasteln. Nice. Also ich kann das natürlich nicht beurteilen, weil ich da nicht so tief drinnen bin in dem ganzen technischen Aspekt, aber ich durfte selber schon Gast sein bei Club 8. Einmal war ich selber zu Gast als Talkgast, einmal saß ich im Publikum, als der Chris seine Show gespielt hat und das dritte Mal durfte ich die Show moderieren, was mir sehr viel Spaß gemacht hat und ich fand es beim ersten Mal schon unfassbar eindrucksvoll. Also man fährt auf so einen Hof drauf, da sind dann zahlreiche Parkplätze. Dann kommt man in so einen kleinen Hallway, in so einen Flur rein. Beim ersten Mal ist eine Hip-Hop-Band aufgetreten von FFG, die Jungs. Genau. Die hatten dann rechts so eine Art Backstage-Raum. Dann geht es die Treppe hoch, da sind dann die Örtchen und sind auch noch ein paar Offices. Genau. Und wenn man aber unten bleibt und geradeaus durchläuft, so kommt man in eine riesengroße Halle. Man sieht schwarzen Moltern, der zig Meter lang ist, von der Decke runterhängen und dann geht man durch so einen kleinen Zickzack-Weg und sieht dann eine extrem eindrucksvolle Kulisse. Beim letzten Mal sah es so aus, dass links quasi die Videoregie war und rechts, jetzt aus der Ego-Perspektive, rechts kommt dann quasi das Studio beziehungsweise die Bühne. Da hat man so seinen Tonabteil. Davor sind so ein paar Sitzplätze für Gäste. Dann gibt es links hinten in der Ecke die Talkbühne und vorne in der Mitte gibt es quasi die Stage. Und das ist einfach sehr, sehr beeindruckend. Ich habe mich gefühlt wie MTV. Ich war noch nie bei MTV, aber so stelle ich mir das vor, dass das ein bisschen so aussieht. Natürlich noch alles geil beleuchtet. Irgendwie eine Kamera an so einem riesengroßen Arm, der dann da durch die Gegend gefahren wird. Und das fand ich schon alles ziemlich eindrucksvoll. Nicht nur, was da technisch aufgefahren wird, sondern auch, was so die Größe des Raumes angeht. Seid ihr, oder wann hat es diese Dimensionen angenommen, diese Größe? Weil wenn ich dich richtig verstanden habe, wart ihr davor, also ihr seid noch nicht immer in Neu-Isenburg? Das ist korrekt. Also Neu-Isenburg sind wir jetzt, glaube ich, seit fünf Jahren. Wir sind, glaube ich, 2019 eingezogen, 2018. Ich kann es ja nicht mehr wirklich sagen. Vorher waren wir in Niederdorfer Felden. Ja, Neu-Isenburg kam aus zweierlei Sicht. Einfach Niederdorfer Felden war klein und alt. Klein, relativ. Und wir bräuchten einfach mehr Platz und mehr Büros, weil wir zwei Firmen zusammengelegt haben, die jetzt einfach auch schon immer zusammengearbeitet haben. Und deswegen haben wir da einfach mehr Lagerfläche gebraucht. Aber wie wir da eingezogen sind, gab es kein Studio. Unsere Kameras waren unterwegs bei eben Industrieveranstaltungen, bei Tagungen. Es waren bei Live-Übertragungen von der Lufthansa. Sie waren auf Touren unterwegs, aber sie waren nicht in dem Studioeinsatz, wie sie jetzt sind. Ganz einfach, weil die für externe Projekte in Verwendung waren? Genau. Also, dann stelle ich mir das vor, man hat so einen Equipment-Dock und der ist eigentlich nie, oder sollte im Optimalfall nie immer im Lager sein, weil der halt irgendwo draußen ist. Genau, also wenn unsere Lageristen entspannt durchkehren können, ist das das Beste, weil dann ist das Material draußen. Jawohl. Nee, also bei uns ist es so, du rufst uns an und sagst irgendwie, du willst eine Veranstaltung machen und wir haben halt, ich mag den Begriff nicht, aber wir sind ein Full-Service-Dienstleister. Wir haben von allem, was im Lager steht, um deine Veranstaltung umzusetzen, sei es Licht, sei es Ton, sei es Video. Und bis vor Corona war es eben so, dass wir halt, 100% unser Geschäft war Vermietung, also nicht reine Materialvermietung, sondern halt mit unseren Services. Also wie gesagt, du kommst auf uns zu und willst irgendeine Veranstaltung machen, sei es irgendwie eine Tagung, sei es irgendwie ein Konzert. Dann haben wir dir das als Angebot geschrieben, haben unser Material mitgenommen und haben es dir halt irgendwo aufgebaut und haben deine Veranstaltung durchgeführt. Jetzt kam aber dann halt irgendwie die Corona-Zeit, was jede Firma in unserer Größe getroffen hat, weil halt alles da war, immer. Und nichts mehr ging, gar nichts mehr. Also und dann haben wir natürlich erstmal alle nach Hause geschickt in Kurzarbeit und haben gesagt, so, wir müssen jetzt erstmal selber gucken. Und das waren dann so die härtesten Monate, wenn du vorhin nochmal auf dieses Geschäftsführer-Thema zurückgehst, war ich dann mit Frank, das ist der andere Geschäftsführer noch, Frank Müller. Mit dem war ich dann zusammengesessen da oben und habe dann gesagt, so, was macht man jetzt eigentlich? Also klar, es soll irgendwie Helfen geben, klar, es soll irgendwie was passieren, aber wie geht es denn weiter? Und ich habe dann irgendwann mal, glaube ich, flapsig zu ihm gesagt, ich wollte eigentlich schon immer mal ein Fernsehstudio haben. Und wir haben, Material dafür haben wir effektiv da und dann ist sozusagen Anfang 2020 erst die erste Version des Studios entstanden. Das sieht man auch noch ein bisschen in ganz alten Club 8 Folgen, beziehungsweise da gab es in Club 8 noch nicht mal, in anderen Shows beispielsweise. Da sieht man noch eine alte Bühne. Also die stand woanders. Ich stand da, wo die Talkbühne jetzt steht und damit haben wir halt angefangen. Und dann der Rest ist sozusagen über die, über die Zeit einfach gewachsen. Zu sagen, okay, wir haben natürlich auch Fremdvermiedungen für Studio, für Industriekunden, die einfach sagen, sie wollen irgendwie online was abliefern, wie auch immer. Oder wir wollen eine Fernsehproduktion machen, live. Dann vermieten wir in der Studie natürlich auch extern. Und man kann alles da nutzen, was damit steht. Und haben halt dann auf Basis das, was wollen wir im Club 8 weitermachen und was brauchen unsere Kunden, halt angefangen zu sagen, lass uns das Studio so und so umbauen oder lass es uns so designen. Und so ist dann halt jetzt die aktuelle Form des Studios entstanden. Und ich glaube, die gibt es seit Anfang 2022, würde ich sagen. Im Grunde genommen ist das doch auch eine Zusammenführung aller Disziplinen, die in eurem Hause quasi geleistet werden. Weil du musst dich ums Licht kümmern, du musst dich ums Ton kümmern, du musst dich ums Bild kümmern, du musst dich darum kümmern, dass das Ganze auch noch gesendet wird. Und dann ist das quasi einmal so eine Visitenkarte. Das können wir alles machen. Ist natürlich ein bisschen anders, weil es halt um Film, um Medien geht. Aber grundsätzlich war das auch unser Vorteil, dass wir halt wirklich gesagt haben, wir haben fast jede Kompetenz hier. Also weißt du, wir haben Lichttechniker hier, wir haben Tontechniker hier, wir haben eben Videotechniker hier. Wir haben alles da, was es braucht, um eben dieses Projekt durchzuziehen. Und wir haben das Material dazu auch da. Voll gut. Wie sieht deine Beziehung zum Frank aus? Wie habt ihr euch kennengelernt? War er einer von denen, die davor die Firma hatten? Und dann gab es irgendwie diese Fusion? Nee, Frank ist auch bei der Eight Days sozusagen mit dem, also er wurde da als Geschäftsführer auch eingesetzt. Also Frank ist praktisch der Geschäftsführer, der das ganze Ding schon immer macht. Und mein Bezug zu Frank ist, wir haben halt auf einigen Shows einfach zusammengearbeitet und so ist die Beziehung zueinander einfach entstanden. Und von ihm kam halt dann damals auch natürlich mit der Absprache mit den anderen zu sagen, hey, ich hätte gerne noch einen zweiten in der Geschäftsführung und wir haben einfach gut zusammen funktioniert. Und da kam dann auch die Frage. Sehr gut. Wenn wir jetzt bei dem Format Club 8 bleiben, der gute Chris Tucker, Chris, liebe Grüße, der spielt auch eine große Rolle. Er moderiert das Format. Absolut. Eigentlich immer, es sei denn, er ist irgendwo auf Tour oder irgendwas kommt dazwischen. Wie kam quasi diese Connection zum Chris zusammen? Also wir haben, da muss ich ein bisschen ausholen, also wir haben im April 2020 mit dem Ganzen angefangen. Also da gab es ja noch die Studio 8 Streaming Sessions. Da gab es noch keinen Club 8. Also wir haben dann, wie ich gesagt habe, ich hätte gerne ein Fernsehstudio, haben wir dann mit angefangen irgendwie das zu bauen und dann ging es halt so langsam los und dann haben wir gesagt irgendwie, komm, lass doch irgendwie mal versuchen, so Musik irgendwie online zu bringen zu Ostern 2020, weil das ist jetzt eh jeder zu Hause. Da war, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, der erste Lockdown, da war noch gar nichts mehr los und dann haben wir gesagt, komm, lass es zumindest zu Ostern. Und dann habe ich damals angefangen, Marvin's Konto zu fragen, mit dem ich vorher viel gemacht hatte irgendwie. Das ist so ein Künstler aus Hanau, der dann Ende 2020 auch bei The Voice of Germany, glaube ich, relativ weit kam sogar und haben halt an Ostern praktisch gestartet und haben halt dann einfach gesagt, wir machen das jetzt einfach unregelmäßig, wenn wir was bekommen und haben halt immer nach Bands geguckt, was für Bands haben Bock zu spielen, wie auch immer. Und über den Kontakt, den Frank hatte, kam dann die Band Superjus. Das war vierte, fünfte Show, glaube ich. Und bei der Band Superjus spielt eben auch der Chris. Wie viele Bands hatten der? Also, sorry Chris, wenn ich es jetzt falsch sage, aber ich glaube, wenn ich jetzt zähle, also es ist die Beatles Royal Band, es ist Superjus, es ist Radio Road West. Das reicht doch schon, ey. Ich hätte gesagt, es sind vier, aber ich komme auf keine vierte mehr, also sagen wir mal drei. Ich weiß jetzt nicht, ob es Superjus noch gibt, also die haben zu der Zeit wieder was gespielt, also deswegen, naja, auf jeden Fall war er da dabei und da gab es noch nicht mal die Initialzündung, sondern es war halt einfach, er fand es auch cool, was wir gemacht haben und dann aber haben wir halt ein paar Monate beziehungsweise ein paar Wochen unter den normalen Shows gemacht und dann kam Frank irgendwann auf mich zu und meinte, du, ich finde das irgendwie langweilig, wir müssen das aufwerten. Ich habe mich persönlicherweise, muss ich sagen, als erstes irgendwie ein bisschen dagegen gewehrt. Ich kann ja nicht mal sagen, warum, weil es war absolut die richtige Entscheidung, da auf ihn zu hören und zu sagen, ja, machen wir. Ich habe mich damit am Anfang aber ein bisschen schwer getan, keine Ahnung warum und dann hat er gesagt, komm, pass mal auf, irgendwie Chris hat Ideen dazu und zu der Zeit war aber auch noch Ina Morgan, die hat auch ein paar Mal bei uns gespielt, auch noch mit dem Team und wir haben uns dann irgendwann mal zu viert bei uns irgendwie oben in der Küche zusammengesetzt. Natürlich noch mit genug Abstand zu der Zeit und haben mal besprochen, was können wir uns denn vorstellen, worauf wir haben denn Bock und da ist sozusagen die erste Idee des Club 8 entstanden. Also was Braun war, ich meine, du kennst jetzt sozusagen die Endform, aber die Anfangsform des Club 8 war, pass auf, es war noch die alte Bühne, wir wollen zumindest zwei Leuten die Chance geben, sich mit die Show anzuschauen und hatten dann den Sofa drinstehen, wir hatten, es gab noch keinen Beitrag, natürlich gab es schon einen Talk, aber der Talk war eigentlich immer mit der Band, also es gab keine externen Talkgäste. Es war halt alles noch sehr, sehr eingedampft und nicht klein, weil es war auch zu der Zeit noch nicht klein, aber es war halt einfach noch ein bisschen anders und dann haben wir halt gesagt, okay, pass auf, ich glaube im Juli hatten wir dann, haben wir dann sozusagen, wir haben dann noch eine Talkbühne geschaffen, die auch rechts von der ursprünglichen Bühne war und haben halt da dann angefangen zu sagen, okay, pass auf, wir versuchen es jetzt mit dem ersten Club 8. Die ersten Clubs hat dann, hat Ina moderiert, weil Chris zu der Zeit noch Musikunterricht gegeben hat, also da montags nicht konnte. Ja, und nach dem Zeitpunkt begann dann die Flut sozusagen, weil wir dann wirklich angefangen haben, natürlich immer mal wieder mit Pausen zwischendrin, aber jeden Montag in Club 8 zu bringen und mittlerweile sind wir ja bei 84. Das ist eine beachtliche Hausnummer, ja. Also in Summe mit Studio 8 Streaming Shows zusammen sind wir, glaube ich, bei 129 und 84 davon waren jetzt in Club 8. Geil. Also ich finde das Format auch echt cool, so, das besteht aus unterschiedlichen Elementen, so am Anfang kommt immer eine Anmoderation, dann werden in der Regel drei Songs gespielt, dann gibt es öfter mal ein Format, das nennt sich Club 8 on the road. On Tour, ja. On Tour, sorry. Da war jetzt in der letzten Episode zum Beispiel eins, wo der Chris im Südbahnhof war. Korrekt, ja. Das ist mega geil, das könnte man, finde ich, sogar auch noch einzeln rausschneiden und da irgendwie als Format online stellen, weil aktuell gibt es diese Streams immer als komplette Videos, das ist eine Live-Show, die durchgestreamt wird. Diese Beiträge, von denen ich gerade gesprochen habe, die werden im Vorfeld aufgenommen und dann dort reingespielt. Und da kriegt man auch echt geile Einblicke so in die Frankfurter Kulturlandschaft, zum Beispiel, ich habe dieses Ding im Südbahnhof noch nie von innen gesehen und habe mir das jetzt mal angeguckt und war so, das ist echt ein geiles Ding. Wäre schön, wenn ich mich da auch mal hin verirren würde. Dann kommt quasi dieser Part, es sei denn, da gibt es einen Talkgast, der ist dann vielleicht manchmal an dieser Stelle. Also eigentlich ist es grundsätzlich so, also der gewünschte Aufbau der Show, den wir natürlich auch öfters mal verschieben müssen, das Video schon sagst, also halt nach dem ersten Musikteil kommt halt der Beitrag. Den Beitrag sollte es auch immer geben. Wir hatten jetzt im Dezember zeitlich ein bisschen Probleme mit einer Produktion, deswegen hatten wir tatsächlich vorher, wo es du moderiert hast, hatten wir glaube ich gar keinen Beitrag, weil da war nichts fertig produziert, weil wir einfach keine Zeit mehr hatten. Wie gesagt, unser Tagesgeschäft auch noch immer mitläuft und das ist dann einfach ein bisschen schwierig oder uns halt auch tatsächlich krankheitsbedingt irgendwie auch mal Sachen eben ausfallen. Dann haben wir den Part, der bei uns im Programm Ablauf musikalisches Highlight heißt. Das ist halt, dass wir nicht fordern, aber wir uns von den Bands wünschen, dass wir irgendwas Spezielles bekommen. Früher, in Staffeln vorher, war das musikalische Highlight immer der Wunsch, dass eine Band 8 Days a Week, also den Song von den Beatles, in ihrer eigenen Version spielt. Da sind wir jetzt dann auch mal irgendwann weggegangen, weil wir halt einfach glaube ich gefühlt jede Version schon einmal hatten und es halt auch nicht jeder Band mehr zumutbar ist, irgendwie so einen Track zu spielen, aber wir wünschen uns halt immer jetzt in der Mitte der ganzen Nummer, dass es irgendein musikalisches Highlight gibt, sei es eine akustische Version, sei es irgendwie eine Solo-Version von einem oder einen Song, den sie halt so eigentlich nicht live spielen. Danach hast du, nach dem hast du immer einen Talk, da gibt es die Variation eben entweder mit der Band oder halt mit einem Talk, als der, sagen wir mal, thematisch reinpasst oder halt auch in dieses Kulturgefüge von Frankfurt mit reinpasst und dann gibt es meistens halt eben nochmal drei Songs bis das, und dann ist die Show zu Ende. Ein Gewinnspiel gibt es immer wieder zwischen dich. Nach dem Talk halt, wenn wir was da haben, dass wir halt von der Band oder halt von unseren Shirts oder so etwas verlosen, ja, genau. Ja, also es ist eine richtige Fernsehshow. Ja, also das war auch unser Ansinnen. Also wir wollten halt, wie wir uns darüber unterhalten haben, kamen immer mal wieder so WDR oder so Rockpalast auf, was ja früher eine Riesennummer irgendwie im deutschen Fernsehen war. Irgendwie da haben auch internationale Künstler und alles gespielt und da hast du dir damals irgendwie die Musik angeguckt, die du halt irgendwie nicht online oder so bekommen hast oder halt nicht auf MTV lief oder so. Und das war auch unser Ansinnen zu sagen, es gibt eigentlich in der deutschen Fernsehlandschaft keine geile Musiksendung mehr. Also ist jetzt unsere Meinung und deswegen wollten wir da was machen und haben gesagt, irgendwie wenn dann ist es nur unsere wichtigen Key Facts halt, es muss live gespielt sein, also wir wollen jetzt nicht irgendwie hier die Playbackparade nachmachen, weil das gibt es einfach viel zu oft. Also wir wollen was halt live machen und wir haben halt auch einfach, sag ich mal, die Fähigkeit im Haus live so ein Ding in der Qualität rauszuhauen, die einfach amtlich ist. Und so ist es entstanden. Voll gut. Wenn ich das richtig analysiert habe, dann sind die meisten Künstler oder Gäste so aus dem Rhein-Main-Gebiet. Ist das auch ein expliziter, wie soll ich sagen, Förderungsgedanke, der dahinter steckt oder ist das... Auch ja. Also natürlich haben wir jetzt in der nächsten Show haben wir so ein relativ bekanntes Jazz-Trio aus Berlin. Es heißt, es muss nicht immer aus dem Rhein-Main-Gebiet sein, aber wenn wir geile Bands im Rhein-Main-Gebiet finden, nehmen wir die natürlich gerne, weil das halt auch so eben, wie du schon sagst, ein Förderungsgedanke ist zu sagen irgendwie, dass es hier echt viel, viel gute Bands gibt, die man auch sich ohne Probleme anhören kann. Vielen Dank an den zweiten Sponsor dieser Podcast-Body-Episode, Whitefield. Das Unternehmen aus Frankfurt ist immer dann zur Stelle, wenn Marketingvorhaben auch wirklich gelingen sollen. Als Experten für alles, was mit moderner Kommunikation zu tun hat, kreieren sie nicht nur maßgeschneiderten Content in allen Farben und Formen, sondern kümmern sich auch um die strategische Beratung und die Konzeption vorab und sorgen dafür, dass einzigartige Kampagnen auch wirklich ihr Ziel erreichen. Über whitefield.com, geschrieben ohne H, findest du gesammelt alle wichtigen Infos und kannst direkt Kontakt aufnehmen. Nochmals vielen Dank und jetzt wieder viel Spaß mit Podcast-Body. Geil. Also, wirklich beeindruckende Show. Jeder, der es noch nicht geschaut hat, der sollte unbedingt mal sich eine Schau reinziehen. Kommt einmal im Monat, jeden ersten Montag. Jetzt ist Corona vorbei und das Ding läuft weiter. Habt ihr Pläne für das Format? Soll das noch weiter ausgebaut werden? Soll das vielleicht irgendwann mal an Fernsehsender andocken? machen, das heißt, wie denkt ihr über die Zukunft des Formats nach? Also, zum einen ist es mittlerweile, also es hat auch viele Punkte. Zum einen ist es ein Hobby, zum anderen ist es ein sehr, sehr ans Herz gewachsen Projekt, also von sehr vielen, weil sonst würden wir es einfach nicht mehr machen, weil, um ehrlich zu sein, wir verdienen damit kein Geld, das ist von uns einfach erstmal so. Es ist natürlich für die Crew, die bei uns arbeitet, auch ein unglaublicher Lerneffekt, da irgendwie zu sagen, du kannst auch mal was ausprobieren an der Kamera, ohne dass irgendwie jetzt gleich irgendwie ein Kunde einen Tobstuchsanfall bekommt, weil du eben den Shot irgendwie vermasselt hast, ist gar kein Problem, das hat auch die Jungs bei uns unglaublich viel weitergebracht, was ich ja gesagt habe, macht einfach mal. Und natürlich wollen wir das Format weitermachen und wir haben Pläne davon, um das Format immer wieder zu verbessern, immer wieder weiterzubringen und wenn jetzt jemand kommen würde und sagt irgendwie, hey, wir wollen euer Format mit haben und wollen es irgendwie ausstrahlen, wie auch immer, dann sind wir natürlich auch gern bereit. Wir sind aber jetzt gerade aktiv nicht dabei, das irgendwelchen Fernsehsendern anzubieten, aber wie gesagt, ich sage jetzt mal noch nicht. Also es soll immer weitergehen oder noch eine gewisse Zeit und wir gucken einfach, was sich an Optionen bietet und sind auch gern bereit, Optionen einfach zu nehmen, die sich noch bieten werden. Cool. Also du hast viele wichtige Punkte angesprochen, denke ich. Einmal natürlich die Show an sich so als Experiment für Leute, die vielleicht noch nicht so geübt sind im Umgang mit der Technik, kann ich auch sagen, ich habe noch nie so eine Show moderiert, das war dann da quasi meine Feuerprobe, hat ganz okay funktioniert, würde ich sagen und das ist schön. Würde ich auch sagen, ja. Dankeschön, das ist schön, so einen Rahmen zu schaffen, erinnert mich von der Idee ein bisschen an Radio X, weil da, ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist ein werbefreier Frankfurter Sender. Nee, Radio X kenne ich auf jeden Fall, ja. Genau, und da ist ein ähnlicher Gedanke von einfach mal machen, da, dann halt eben so diese Gänze des Formats, was es alles abdeckt und wie professionell es dann auch ist und dann die Möglichkeit, dass dort halt auch Künstler auftreten können, die in so einem Setting vielleicht noch nie performt haben. Das war jetzt mit dem Gast Wolf-Schubert K. and Friends so, der war zu Gast, als ich moderiert habe, der hat sich halt auch explizit dafür bedankt und fand das sehr, sehr beeindruckend und schön, halt auf dieser Bühne stehen zu dürfen mit der ganzen Technik, also es fängt ja schon damit an, dass man irgendwelche Stöpsel im Ohr hat und die Kameras da sind, das ist jetzt nichts, was man als alltäglich gegeben hinnehmen kann und dann sind es sehr, sehr viele Aspekte, wo ich sagen muss, geil, dass es hier gibt, dass es das hier gibt und dafür, was es alles leistet, habe ich aber das Gefühl, dass das noch sehr unter dem Radar fliegt. Es ist, es ist sehr, also ja, du hast völlig recht, also als erstes natürlich zu den Bands noch mal gesagt, was für uns wirklich wichtig ist, ist, dass es eigene Musik ist. Also weißt du, wir bringen bei Club 8 keine Covermusik, weil erstens gibt es nur Stress mit YouTube, wegen Lizenzen und zweitens ist es halt einfach, das passt einfach nicht. Also wenn, wenn jemand sagt, ey, ich will da spielen, schickt uns eine E-Mail, klar, aber wichtig für uns ist halt einfach, sag ich mal, mindestens sieben eigene Songs, die du spielen kannst, dann können wir drüber reden. Ja. Sehr, sehr gut. Kannst du uns erklären, wie quasi die Gäste ausgesucht werden, beziehungsweise wie ihr auf die Gäste kommt, die dann dort auch performen? Das ist einfach so ein, ich sag mal so, das ist immer so ein Kaffeekränzchen zwischen mir und Chris, oder Chris und mir besser gesagt, wir telefonieren irgendwie oder wir schreiben und Chris hat da den besseren Bezug. Also Chris sagt ganz klar, irgendwie pass mal auf, ich hätte jetzt den, den, den und den, weil er halt einfach durch seine Vielfältigkeit irgendwie wo er unterwegs ist, sei es mit der Beatles Revival Band, sei es irgendwie im Musikclub da im Bunker, kennt er unglaublich viele und kriegt eben auch Kontakte irgendwie zu Nachwuchsbands und so weiter und hat halt irgendwie viele Ideen und viele seine Freunde oder Kumpels, die bei uns schon gespielt haben, empfehlen uns auch weiter und deswegen haben wir jetzt als Staffelabschluss beispielsweise irgendwie im Mai, glaube ich, Marcus Eaton da, das ist ein Künstler aus Kalifornien, der hat den Perkastionisten von Santana dabei und so, dann kommen dann auch schon mal solche Sachen bei rum, weil der halt so derzeit dann eh in Deutschland ist und einer sagt, pass mal auf, wenn du eh in der Gegend bist, willst du nicht beim Klub 8 spielen, aber grundsätzlich ist die Auswahl und natürlich komme auch ich hin und wieder mal irgendwie und sag, pass mal auf, ich hätte gern den und den Künstler vielleicht mal, lass den mal fragen, was hältst du davon, aber das ist immer so ein Austausch zwischen Chris und mir, also aber die meiste Arbeit macht da klar der Chris und sagt irgendwie, guck mal, ich hätte die, die und die, was meinst du? Ja, das ist sehr cool, also ich glaube dadurch entsteht halt auch dieser, diese starke Verbundenheit zur Szene, so sag ich mal, ich glaube, ich kenne nur einen Bruchteil der Gäste, die da waren, was jetzt nicht schlimm ist, weil man dann immer wieder neue, interessante Leute entdeckt und genau, das ist dann wie so eine Entdeckungsreise, wo man dann immer wieder neue Sachen entdecken kann. Sehr, sehr cool. Bob, 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 Bob. Wie sieht es aus oder kannst du uns beschreiben, wie sich so die Art der Kunden, für die ihr arbeitet, seit Corona verändert hat oder hat es sich überhaupt verändert, weil wenn ich das richtig verstanden habe, kam dann explizit halt zum Corona-Zeitpunkt der ganze Streaming, Streaming-Videopunkt mehr wieder in den Fokus oder überhaupt an den Tisch? Ich würde sagen, bei uns überhaupt in den Fokus, also wir haben früher schon natürlich für andere Firmen irgendwie in der Streaming-Sache zugearbeitet, deswegen hatten wir auch das ganze Know-how, aber zu der Zeit sind ja extrem viele Studios entstanden. Ich würde jetzt mal sagen, ohne dass ich wirklich große Fakten dazu habe, dass wir mit in Frankfurt in der Größe mit die Ersten waren, aber wir uns halt bewusst auf den Weg der Musik entschieden haben zu gehen, aber wie hat sich das jetzt verändert? Jetzt ist es mittlerweile, jetzt nach Corona ist es für uns tatsächlich, dass es fast kaum mehr Rock'n'Roll bei uns in der Firma gibt, also kein Touring mehr oder sehr wenig, im Gegensatz zu dem, was es früher war. Das hat aber tatsächlich nichts mit Corona zu tun, das hat eher mit dazu tun, dass, nennen wir es mal so, ziemlich große Firmen aus der Schweiz und Amerika gerade die ganzen Big Player in Deutschland aufkaufen und du als, nennen wir es mal mittelständisches Unternehmen in der Preispolitik oder in der Umsetzbarkeit fast keine Chance mehr hast, irgendwie an größere Touren ranzukommen. Das wird sich jetzt noch zwei, drei Jahre, wird es dann noch ein bisschen den Kampf geben und in drei Jahren wird der Markt entschieden sein und dann, wenn es eine große Tour gibt, ist die klar, dass die entweder bei A oder B landen wird. Bei uns hat sich das sehr stark Richtung Location-Geschäft irgendwie verschoben. Wir haben drei, also noch nicht ganz drei, die dritte Bötegarten auch in Bordeaux, wir haben drei Festlocations in Frankfurt, die wir betreuen. Also wir haben das Westhaven-Pier, das ist am Westhaven. Das ist eine Veranstaltungslocation? Das ist eine Veranstaltungslocation, genau. Dann gibt es von der Location aus so ein kleines Schiff und es entsteht in Darmstadt jetzt auch gerade noch eine Location und das ist halt für uns auch sehr viel Festgeschäft, die Location-Betreuung, um halt da alle Veranstaltungen umzusetzen, die in den Locations stattfinden. Okay, ja, macht Sinn. Und dann haben wir halt noch unseren Videopart, der halt das Studio-Geschäft und halt die anderen Kunden auch noch im Streaming-Bereich einfach zuarbeitet. Sehr cool. Wie viele Leute seid ihr so im Kernteam? Zwölf. Zwölf. Gibt es eine typische Flow-Woche? Wie würdet ihr aussehen? Viel zu lang. Was heißt eine typische Flow-Woche? Also ich meine, es kommt ein bisschen darauf an, was irgendwie natürlich in der Woche ansteht. Aber es ist schon meistens so, dass ich mit einer der ersten bin, die im Büro ist und einer der letzten, der geht. Also ich springe halt sehr, sehr viel zwischen Projekten hin und her. Ich schaue, dass ich bei uns die technische Fachplanung übernehme. Das heißt, wenn es wirklich irgendwie zu tricky Situationen kommen sollte, dann schaue ich, dass ich bei uns wirklich die Fachplanung einfach übernehme, um komplexere Systeme einfach zu entwickeln und dann halt irgendwie an die Projektleiter weiterzugeben. Okay. Was sind so aktuelle Projekte, in denen du eingebunden bist? Nachdem ich wahrscheinlich jetzt erst noch mal bis Ende Januar raus bin, kann ich dazu leider gerade relativ wenig sagen, weil ich mich wirklich immer versuche, einen Monat rauszuhalten. Was waren die letzten zwei, drei, in denen du drin warst? Wir hatten noch Abschlussprojekte bei der Lufthansa. Da gibt es ein Format, das nennt sich offen gesagt. Da spricht der CEO Carsten Spohr immer einmal in irgendeiner Flughafen-Location zu allen seinen Mitarbeitern. Und ansonsten halt viele, viele so kleine, kleinen Streaming-Kamera-Geschichten. Okay. Wenn wir, also ich bin deinen Instagram-Kanal ganz runtergescrollt und dann waren da sehr, sehr viele Konzerte, wo ich mir nicht immer sicher war, ob du da vielleicht nicht auch einfach im Publikum bist oder ob du da tatsächlich auch geschafft hast. Gibt es so eine, ein Konzert, wo du dich ganz besonders dran erinnerst, irgendein besonderer Tour-Moment? Es war für mich, und ich kann dir nicht sagen, wie lange es war, es war vielleicht 2007, 2008. Es war Genesis in München. Das war so die erste Riesenshow für mich. Und es war einfach, ja, es war ein bisschen wie Schlaraffenland, weißt du? Du hattest alles da, also da gab es nichts, wo du sagst, irgendwie, naja, komisch, dass wir das mitgenommen haben, sondern das war einfach der neueste und geilste Scheiß, weißt du, den du dir vorstellen kannst. Also wenn du jetzt irgendwie auf Auto stehst und gehst so in die Klassikstadt rein, so ungefähr war das. Und das war halt einfach, es war eine richtig krasse Show einfach für mich in dem Moment einfach zu sehen, in welche Größen es noch gehen kann. Und dann halt irgendwie noch zu der Zeit. Was war das für eine Location? Das war in München im Olympiastadion. Stadion, okay. Und dann halt irgendwie noch, damals noch Phil Collins an den Drums irgendwie und halt noch gesungen gleichzeitig teilweise. Das war schon sehr beeindruckend, ja. Also ich denke, du nimmst das Konzert dann halt auch komplett anders wahr, weil du halt mit drin bist. Das ist auch der Punkt, wo ich dir sagen kann, dass bis, glaube ich, auf das letzte Bild, was du von einem Konzert gesehen hast, was Fallout Boy in Oberhausen war, waren alle Konzerte tatsächlich arbeitsmäßig, weil ich privat auf fast kein Konzert gehe, weil du die Arbeit nicht da weglassen kannst. Es geht einfach nicht. Du findest immer irgendwas, was du machen würdest. Oder du erwischst dich, dass du die ganze Zeit irgendwie ins Dach glotzt. Du erwischst dich irgendwie, dass du dir denkst, naja, irgendwie der Bass bei 63 hängt ein bisschen irgendwie und steht zu lang. Weißt du, es ist, als würdest du einfach irgendwie, natürlich besuche ich Kollegen, aber ich gehe meistens auch irgendwann wieder. Es ist immer noch zu sehr mit Arbeit verbunden. Du kannst irgendwann nicht mehr so richtig entspannt auf ein Konzert gehen. Man kann das nicht ausschalten. Man analysiert es die ganze Zeit. Du hast halt ständig deine Arbeit und denkst, ah cool, wir haben es jetzt das gemacht. Du kommst von dem eigentlichen wichtigen Part irgendwie ein bisschen weg, die Musik wirklich zu genießen. Zu sagen, jetzt irgendwie, wie wenn ich mir jetzt die Kopfhörer reindrücke und mich einfach hinlege und einfach nur Musik höre, ist für mich völlige Entspannung. Aber wirklich auf einer Show, auf einem Konzert irgendwie, das ist extrem schwer. Das sehe ich. Gibt es für dich eine Präferenz, was so die Location-Größe angeht? Würdest du sagen, du bist mehr jemand, der Bock auf kleine Locations hat oder dann doch lieber das Stadion? Also, wenn, kleinere Locations, also Stadien klingen nie gut. Also es gibt keine Stadionshow, also keine ist jetzt sehr weit hergeholt, aber es gibt wenige Stadionshows, wo ich sage, das war gut. Ich bin, ich bin nie wirklich zufrieden mit mir, deswegen muss das ein bisschen wertfreier sehen, aber ich war wirklich in keiner Stadionshow bisher so wirklich zufrieden, weil es einfach Stadien zu bestallen, das ist eine Riesenkatastrophe. Wenn es jetzt nach einer Lieblingslocation geht und es ist nicht, weil es in Frankfurt liegt, aber weil damals sich wirklich einer dabei Gedanken hat, die geilst klingenden Shows wirst du immer in der Jahrhunderthalle bekommen. Das wäre mein Tipp gewesen. Das ist einfach die beste, also du musst nicht viel machen, wenn du eine geile Band hast, dann macht die Jahrhunderthalle immer Spaß. Sehr, sehr schön. Was wir vorhin übersprungen haben, war dein ganzes Las Vegas und was hast du noch für internationale? Also London war es und so. London, Las Vegas, da warst du dann auch auf Tour? Nee, da war es, also Vegas war es damals für einen Mischpult-Hersteller irgendwie eine Vegas-Show einzurichten. London gab es auch, den Mischpult-Hersteller, das war Soundcraft damals irgendwie und für die habe ich halt sehr, sehr viel sozusagen Programmierarbeit gemacht, also praktisch die Konsolen irgendwo hinbringen, die für eben sei es Broadway-Produktionen oder eben halt irgendwie so Las Vegas-Shows einzurichten, vorzubereiten. Krass. Das ist auch nochmal eine komplett andere Welt. Theater ist auch nochmal so ein ganz eigenes Ding, ja. Sehr schön. Ich glaube, mein Lieber, wir sind am Ende meines Zettels. Gibt es irgendwas, was du den Podcast-Buddy-Hörenden noch erzählen magst, vielleicht irgendwas anzukündigen, was die Firma angeht oder den Club 8? Naja, auf jeden Fall jetzt dann Club 8 anschauen, abonnieren, findet man auf YouTube bei Studio 8 Streaming. Wir freuen uns wirklich tatsächlich noch über jeden Abonnenten, der dazukommt, weil wir sind jetzt glaube ich bei 1500, also da geht noch einiges. Ja, und sich halt die nächsten Shows anzuschauen und gerne an den ganzen Sachen teilzunehmen, als wir haben immer den Chat mitlaufen irgendwie, also wir versuchen, so viel Interaktivität reinzubringen, wie es geht und wir würden uns freuen, wenn es natürlich immer mehr Zuschauer und immer mehr Interaktivität geben würde dazu. Sehr schön. Dann, lieber Flo, sage ich schon mal, danke, dass du da warst. Vielen Dank. Liebe Leute, das war Podcast-Buddy Nummer 59 hier aus den Whitefield Studios im Genheimer Spargel. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Wir sind draußen. Ciao. Ciao.